Ey Dave! Ey Dave! Alles gut? Shadow hat dich gekratzt! Gekratzt? Scheiße, was soll ich jetzt tun? Ich hoffe, Shadow ist nicht in mir. Ich hoffe, ich auch nicht. Das Monster ist gestorben. Gut, alles gut. Ich weiß nicht, was wir jetzt machen sollen. Ich hör Shadow! Was sollen wir jetzt machen, Alter? Wir müssen rennen, wir müssen rennen. Die ist ja angeblich kälter. Ich wurde angeblich erschossen. Angeblich wurde ich erschossen, keine Ahnung. Oder du, keine Ahnung. Hat mir über Zukunftsmünsche chillt. Wer, wer, was? Der ist teleportiert. Nein, ich hab's doch geschafft, die letzten Sekunden. Shadow wollte, dass du stirbst. Darum hat er versucht, mich aufzuhalten mit dir. Ich weiß nicht, was du... Er hat mir gesagt... Der ist so große Mensch, er hat gesagt, ich will 2022 sterben. Was? Ich will das nicht zulassen. Dann bin ich doch nicht mehr älter. Die Junge, ich hab kein Leben dann. Ich bin erst 16 dann, fast. Ich bin aber noch 15. Ich weiß nicht, was er jetzt machen soll. Wo ist das hier weiter? Alter, ich hör Shadow Geräusche immer noch. Aber ich glaub, er sieht uns nicht. Boah, wann hast du geburt? Oktober. Oktober. November, Dezember, Januar. Du wirst drei, du wirst erst seit drei Monaten dann 15. Ja. Ey. Das dürfen wir nicht zulassen. Nein. Nein, nein. Es geht nicht. Wenn wir minus 15 leben, was passiert? Na, Mann, das ist ein volles kurze Reden für 15 Jahre. Und wir leben so lange wie eine Katze. Bin ich eine Katze oder was? Ich will keine Katze sein oder so. Ich will die normale Menschen nehmen. Alter. Hier sind wir, glaub ich, das ist mir sicher. Da. Noch einmal der Junge. Hat der aber irgendwas mit Zukunftswertil erzählt? Nein, gar nicht. Was haben wir hier? Ey, das Monster ist ja auch tot. Was? Ja. Oh, Mann. Shadow hat es einfach getötet. Ich glaub, das war wegen den Husten. Wie ist das passiert? Keine Ahnung. Wir waren in der Grube, wo Shadow-Klone sind. Ah, das hat er voll geschnitten. Wo Shadow-Klone sind, den richtig wichtig in viele gehört. Shadow-Klone? Ja. Ich hab einen gesehen, aber ich konnte den auf Kamera nicht filmen, weil ich zu blöd dafür war. Was ist das? Wir sind weggerannt. Und der hat die Gäste gehustet. Wer? Shadow? Nein. Monster. Das Monster ist eigentlich gut jetzt. Guck mal, Mann. Das Monster ist auf gute Seite geworden. Geworden? Ja. Ich musste kurz gegen Shadow kämpfen. Aber ich war zu schwach für ihn. Ey, das ist die Stärke. Wir werden ihn nicht mehr zu sehen. Wir müssen beide krass Fähigkeiten kriegen. Aber die kriegen wir nicht einfach so. Leute. Dann müssen wir wieder zurück oder so. Wir müssen uns teleportieren einfach. Wenn ich so anders drücke, wir müssen. Ich muss da nicht. Was? 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 Was ist so lecker? Es schmeckt hier rein das Wasser. Da. Ja. Ist ja irgendwie Leitungswasser. Ja, ja. Ist ja auch rein. Aber da hinten würde ich nicht trinken. Da hinten. Ja, da ist ein Moos. Ja. Bist du mir noch ein bisschen durstig? Ja, wir müssen trinken. Aber das Monster hatte recht. Ich werde bald nicht mehr lachen. Das Monster hatte mit allen recht gehabt. Aber es ist gestorben. Die Scheiße. Das Arme. Obwohl das unser Feind war. War es. Okay. Jetzt hat er uns angegriffen früher immer. Früher? Ja. Alter. Da sind Stellunggeräusche. Geh rüber. Geh rüber. Okay. Komm. Geh auch rüber. Komm. Geh Stellunggeräusche. Gut. Gut gemacht. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier sofort raus. Ich höre Shadow-Geräusche. Aua. Klon-Geräusche oder so. Keine Ahnung. Aha. Ich bin aufgespießt. Leute. Das kann ich nicht sagen. Hier ist so eng. Er muss da ausmachen. Das heißt doch nicht. Gut. Wir fahren mit dem Fortnite. Aber er kann sich nicht nach. Nein. Er kann doch vielleicht durch. Weil er kann sich in alles verwandeln. Vergessen? Er hat sich sogar in deine Gestalt verwandelt. Ich weiß nicht. Er will dich als erstes aber kriegen. Danach will er irgendwas mit mir machen. Aua. Mein Gesicht. Scheiße. Leute. Scheiße. Wir müssen ein Rennen. Wir müssen ein Rennen. Warte. Hä? Das Wasser ist irgendwie ein bisschen heil. Oh gut. Das ist ein heiliges Wasser. Geil. Ich glaube wir durften davon gar nicht trinken. Was? Was? Du weißt nicht. Monster hat da draußen irgendwas gesagt. Monster? Hattest du dir was gesagt? Mir hat nix gesagt. Ja. Was? Dave? Alles gut? Ich lasse dich Bruder. Warum? Ich meine Jacke, da ist mein Handy drin. Ich lasse mich nicht. 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 Das ist ein Monster. Joil. Was hat das für ein. Wow. Wasser. Scheiße. Scheiße. Oh. Oh. Ich bin mal müde. Keine Ahnung warum. Du weißt, ich kann den überall kennen. Ich geh hier. Auf den Sessel hier. Oh. Oh Gott. Oh, 16 Grad Leute. Also das chillig. Nacht. 10 ist später. ARD Text im Auftrag von Funk Scheiß! Ey Dave! Geräusche vom Shadow hab ich gehört, da hinten! Wo? Da hinten! Wir müssen rennen! Ich bin schon müde, Junge! Willst du getötet werden oder was von denen? Scheiß, was sollen wir mit denen machen? Leute, wir müssen weiter! Yes! Scheiße! Scheiße! Nein! Wir konnten ihm damit die Augen anstechen! Wie hat Monster gesagt? Wie hat das Monster gesagt? Scheiße! Was? Ich weiß schon was! Wir können damit nichts mehr machen heute! Scheiße! Du bist hier raus! Lass hier raus! Ja! Shadow Geräusche! Was sollen wir machen? Scheiße, Mann! Scheiße! Geh Scheiße! Ich mach Karte, wenn wir oben sind! Leute, wir sind den Berg hochgeklittert! Ja! 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 Das wird so schnell! Scheiße! Wieder Scheräusche! Was hier lang! Ich mach weiter! Ja! Scheiße! Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Scheiße! Was sollen wir tun? Scheiße! Aua! Ein Fuß! Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Wir können nicht so weiter ran! Scheiße! Wie ist denn der Fall? Vertraue einfach auf deine! Vertraue einfach auf deine! Vertraue! Auf dich! Ich sitze hier raus! Scheiße! Drei! Warte! Warte! Scheiße! Scheiße! Du! Ey, warte! Ich hab zwei von mich angenommen! Was sollen wir tun? Drei, zwei, eins! Ich bin nicht! Ich bin schon wieder! Ich bin schon wieder! Musik